Ein großer Film. Liebe, Gewalt und Intrigen. Wang Yu. Der stählerne Todesschlag sprengt die Ketten. Eine dramatische Geschichte. Voller Spannung und Action. 13 Jahre und tausende Kilometer bis zur blutigen Rache. Ich war wie ein Vater zu dir. 13 Jahre warst du weg, ohne ein Lebenszeichen zu geben. Wang Yu. Der stählerne Todesschlag. Pass doch auf, Idiot. Die besten orientalischen Schauspieler wirken mit. Wenn unser Sohn erst geboren ist, was wirst du dann machen? Wirst du dann immer noch fliehen? Aber zu Ying, warum erzählst du das? Ich will doch... Ihr seht alle. Ich schäme mich deshalb nicht, aber er. Alles ist hier drin. Fantastisch. Ein toller Einfall. Spitze. Fangt sie, Jungs. Fangt sie. Ich habe nichts getan. Was habt ihr gegen mich? Oh, meine hübsche Puppe. Go Shupu. In diesem Film sehen Sie nervenkitzende Action mit schonungslosem Realismus. Wang Yu. Der stählende Todesschlag. Ein Konflikt zwischen Liebe und Pflicht. Zwischen Ehrlichkeit und Laster. Halt. Tau. Rühr das nicht an. Yushan. Sag. Sag. Wirst du von der Polizei gesucht? Warum hast du das getan? Ja, ich... Nimm es. Ich will dein Geld nicht. Und dein Haus kannst du auch behalten. Wang Yu. Der stählende Todesschlag. Ein Film der neuen Welle. Ein gnadenloses Duell bis zum bitteren Ende. Versäumen Sie ihn nicht. Oh. Oh. Ah. Wang Yu. Der stählende Todesschlag sprengt die Ketten. Ein Film, den Sie nicht...